Guten Tag. Was darf's denn sein, bitte? Ich dachte, es wäre jemand da. Es ist auch jemand da. Ich will vier Liter Meduzin haben. Was? Ich will vier Liter Meduzin haben. Vier Liter Meduzin. Was willst du? Sag das nochmal. Was möchtest du? Vier Liter Meduzin. Vier Liter? Ja, aber was denn für eine Medizin? Am liebsten eine, die einem hilft, wenn man krank geworden ist. Wenn man krank geworden ist? Ja, klar. Wenn man gesund ist, braucht man keine. Wogegen soll die Medizin helfen? Gegen alles. Zum Beispiel gegen Keuchhusten oder Masern oder wenn die Mücken eingestochen haben. Wenn man verdorbenen Magen hat oder schmutzige Füße. Auch wenn einmal ein Kirschkern in die Nase reingerutscht ist. Und es wäre natürlich prima, wenn man auch die Möbel damit polieren könnte. Nur stinken darfst du nicht zu sehr.